Ja, herzlich willkommen zurück, ihr Abenteurer! So, in der letzten Folge war die Frage, was ist hier los? Und dem gehen wir jetzt auf den Grund, indem wir jetzt mal hier runterrennen. So. Obwohl, die sind da ja irgendwie zu einem Turm da runtergerutscht, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll, also erstmal runter. In der Hoffnung, dass uns hier keiner sieht. Platsch. Wie können die so leben? Ja, das frage ich mich auch. Ich sage ja, überall hängen hier Leichen. Da könnte ich nicht leben. Nee, wirklich nicht. Okay. Da stehen schon wieder so Tonnen. Ich zück mal die Waffe. Wer weiß, wozu es gut ist. Ach, jetzt steckt sie sich wieder weg. Na gut. Mensch, Lehrer. Wer schreit denn da? Da ruft uns doch jemand. LB. Okay. Also da rauf. Ach, ich glaube, das ist Grimm, ne? Da war noch was in der letzten Folge. Okay. Also da rauf. Aber wie? Okay. 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 Musik Musik Ach, da ist ne Leiter. Mein Gott, wie kann man so blind sein? Oh, spitze. So viel zur Leiter. Oh, keine Chance, ihr schweigt. Was sind sie denn? Boah, nee, nicht schon wieder. Boah, nicht doch. Oh, die beiden stehen hier so Tonnen rum. Nee, das ist nicht fair. Boah, nee, kommt schon. Uh, mein Gott. Ui, eigentlich schon wieder. Oh Gott. Ich seh gar nichts, lauter Blut. Schnell weg. Ey. So. Nein, hui. Ach komm. Lass doch mal die Bomben weg. Ja toll, jetzt ist meine Leiter weg. Und, hm? Komme ich hier so rauf? Nein. Ich sollte flüchten, oder? Weil hier kann ich ja wohl nicht bleiben. Oh, ey. Schon wieder. Okay. Ähm. Ah, ne drei Stück? Guck. Ei, 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 ei. Okay. Ah. Noa. Müh. Das sind unfaire Mittel, wisst ihr? Mein Gott. Oh, da hab ich den Balken davor. Seh ich den nicht. Huuu. Was jetzt? Oh, ne. Jetzt kommen sie rüber. Huuu. Komm. Die kriegen wir auch so hin. Na, komm, find ich klasse. So. Fein. Huh. Die war ein bisschen nah. Nee. Schnell weg. Oh Gott. Der hat mal lieber hier hinten. Noch so einer. Der wissen will. Mensch! Oh! Nein! Guck. Nicht doch. Mann, ihr seid so lästig, Jungs. Okay, wer will noch? Ja. Ah, da ist er ja. Wo gibt's noch? Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm raus, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht raus. Bäh, verdammt. Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Okay. Schon unterwegs ist gut. Befreiung. Finden sie einen Weg zu Grimm? Ja, genau. Da wollte ich ja vorhin schon lang eigentlich. Weil meine Überlebensinstinkte meinten, da musst du hin. Ähm. Jetzt muss ich weitersuchen. Okay. Jetzt suchen wir erstmal, was die alles noch haben hier. So. Okay. Ach, die haben ja ein Seil gespannt. Dann können wir das ja jetzt nehmen, ne? Das macht Sinn. Okay. Gut. Munition haben wir auch wieder. Ah. Nicht runterfallen. Das Seil nehmen. Und raufklettern, bitte. Das hat uns doch schon mal weitergebracht. Vielen Dank auch. Das ist das nächste Seil. Und es geht weiter nach oben. Wohin, wohin? Ah ja. Ohohohoho. Der wird ja gut. Ich glaube, das soll anders. Nämlich so. Okay. Ah, schon wieder welche. Oder war das Grimm? Ich sehe keinen. Doch, jetzt. Hier oben. Na toll. Einer hat's geerdet. Wo ist der andere? Oder war das? Nö, Lara ist immer noch. Ich trau mich nicht so recht, da jetzt runter zu hüppen. Ach komm. Ah, ich wusste es. Na toll. Okay. Nochmal. Und. Hey, hat geklappt beim ersten Mal. Super. Okay. So, ich nimm mal den Bogen. Ich glaub nämlich, Sturmgewehrmunition haben wir nicht mal so richtig viel. Und dann fahren wir da mal Brandpfeile raus. Oh, wir sind satt. Komm, sagen wir mal. Da lünkert einer um die Ecke. So. Hab ich ihn erwischt? Zumindest, dass er sich erschreckt. Bestimmt. So, weiter. Da hinten. Ah. Da ist richtig gut. Aber da, Lara. Ich hab ihn gesehen. Bin mir ziemlich sicher. Also erwische ich ihn nicht. Komm, schieß einfach mal. Oh, komm schon raus, da. Komm. Na soll. Super. Klar. Yeah. Werf ne Bombe. Ach, schon wieder. Sei doch nicht so ein feiger Hund und komm da raus. Nee, ich kann nicht so lange halten. Mist. Ah, den einen hab ich, glaub ich, erwischt vorhin sogar. Aber ihn hierhin find ich. Na. Der ist auch leichter. Der wirft ein paar Brummen. Ah, guck mal. Aber da. Mach mal einfach so. Ach, der hat's auch nicht erwischt. Ist er das denn jetzt? Oder ist das schon wer ein anderer? Das ist ein anderer, ne? Ah. Mensch. Ah. Nee. Nee. Komm, auf. Ach so. Nee. Hat ich ihn jetzt erledigt? Scheinbar. Er ist weg. Nur den da, den krieg ich nicht. Ach, das kann sie gleich nicht mehr halten. Komm doch da raus. Wenn ich ihn jetzt erwischt hab, dann war es Zufall. Na toll. Muss weg. Muss weg. Ui. Na komm. Reicht's mir aber. Da ist nicht mehr viel drin. Aber ein bisschen. Halt noch. Na. Warte, da sind wir mehr. Ein bisschen sparen. Der hat sich da aber auch verschanzt. Der kommt da nicht rauf. Nee. Macht sich das einfach und wirft ein paar Bomben. Und ich stehe hier. Ach, Mensch. Na, wenn ich zielen will, dann wirft der gerade. Ziemlich blöde. Ich glaub, so richtig sieht er mich von da aus auch nicht. Ich riskiere es jetzt mal. Ach, das ist blöde. Ist das doof. Jetzt muss ich ihn aber doch erwischt haben, aber der mich auch. Feuer, ja, 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 ja. Habe ich ihn jetzt oder habe ich ihn nicht? Nee, sie bückt sich immer noch. Mann, das ist doch gar nicht. Aber darüber hopsen will sie jetzt bestimmt auch nicht. Doch, macht sie. Ach, warum ist nicht recht so gemacht? Okay. Oh, da sind noch mehr. Ah, der wirft immer noch nicht. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay. Okay, erstmal den da, den da oben. Aufschalten. Ganz geil. Feuer. Hup. Lade nach. Ja, toll. Uuuuh. Okay. Na. Der steht auch noch. Der trifft mich nicht, das ist gut. Ach, der will mit Feuer werfen. Wie schön. Ach, Mist. Der Wind in den Bügel beim Weg. Okay. Na, komm mal raus da. So, und jetzt? Leben die noch? Aber jetzt noch nicht mehr, oder? Okay. War es das? Ich glaube nicht. Sie hockt immer noch so auf dem Boden. Ah, super. Das liebe ich ja. Okay, erstmal da rüber. Schwups. Aha. No, no, no. Nein, die bringt denen nichts. Oh, nee. Oh, ja, das ist nicht schlecht. Die kann ich wirklich immer flüchten. Kann ich wirklich irgendwo hinflüchten? Schau, sie ist ein Wasser, sie ist ein Wasser! Schau, sie ist ein Wasser! Ja, ich bin voll versteckt, bin ich ja auch nicht! Na ehrlich jetzt! So, den haben wir. Den auch. Und jetzt? Haben wir alle? Juchu. Na bitte. Geht doch. So, erstmal einsammeln hier. Also ein bisschen haben wir jetzt wieder für Sturmgewehr. Da liegt noch einer. Okay. Jetzt frage ich mich, gucke ich mich jetzt erstmal um hier. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal, ob hier noch was rumsteht. Ich könnte nämlich gut Munition gebrauchen. Okay. Da auch runter gehen noch? Oder kommen dann welche? Ich würde mir jetzt ja gerne mal angucken. So, ich glaube, ich gucke erstmal hier oben. Ob hier noch was rumsteht. Okay. Ich denke mal, ich habe jetzt hier alle erledigt, oder? Ach, ein geheimes Grab ist ja auch noch. Okay. Wo ist es denn? Da hin wahrscheinlich. War da rauf? Ach, da rauf. Ich glaube da rauf. Okay. Dann denke ich, gucke ich mich jetzt hier eben noch um. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann das geheime Grab an. Wie ist es da runter? Nee, ich glaube, die Mühle mache ich mir jetzt nicht. So, erstmal hier nochmal gucken. Muss sich ja auch lohnen, dass ich die alle geplättet habe. Neues Lager entdeckt. Windmühle. Hier war ein Lager. An der Windmühle. Ein Feuerchen. Das geheime Grab ist da unten. Okay. Also das geheime Grab ist da unten. Und wenn das geheime Grab da unten ist, was ist dann hier oben? Ist dann hier das Feuerchen? Huch. Also von hier komme ich dann wahrscheinlich auf die Dinger drauf gleich. Oder in der nächsten Folge oder so. So. Ist ja schon echt nett gemacht hier. Ach, hier kann man einfach so lang laufen. Ich dachte, hier müsste sie balancieren. Muss sie gar nicht. Hier kann man einmal rumlaufen. Ach, hier ist noch ganz viel. Mir ist noch ganz viel zu holen. So. Das ist gut. Was ist da unten? Okay. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Mal, wenn es da so viel zu holen gibt. Ups. Da ist nämlich auch noch eine Kiste zum Aufmachen. Sehr schön. Das machen wir auch. Dann lohnt sich das nachher wirklich zum Lager zu gehen. Da sind wir auch voll. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Da sind noch Bergungsgutkisten. Da müssen wir noch richtig fett Upgrades machen können. Das war's da. Okay, wir müssen noch weiter. Da hinten ist noch ein Geocatch. Der blinkt mich gerade an. So, kommen wir jetzt hier über den... Na, da runtersteht sie ganz ab. Na, okay. So geht's auch. Da hinten in der Ecke noch was. Ach, schau an. Okay. Mein Gott. So viel zu gucken hier. Okay. Die hängen da drinnen. Das ist ja blöd. Okay. So. Mein Gott. Ich seh schon, ich verlaufe mich wieder. Und dann weiß ich nachher nicht mehr, wo ich hin muss. Das haben wir hier noch. Feuerchen. Okay. Ach, guck mal. Ja, das Umrennen lohnt sich manchmal wirklich. Obwohl, da müssten wir doch eigentlich auch mit unserem... Tu sie mal die Waffen weg. Ich will jetzt gar keine Waffe. Mach mal Licht. Müssten wir doch eigentlich auch so anzünden können. Genau. Genau. Aber kein Feuerfall. Geht auch ohne. So, eine Kiste. Dankeschön. Da hinten steht auch noch eine. Okay. Die gehen wir uns holen. Ach Gott. Da hängen sie wieder. Und noch mehr. Okay. Alles klar. Alles klar. So. Und hier ist nämlich unser Lager. So, das gucken wir uns jetzt noch an. Wir haben ja ordentlich Bärgungsgut gesammelt jetzt. Gucken wir mal, was wir in der Ausrüstung machen können. Okay. Schrotflinte. Erstmal Sturmgewehr. So. Da haben wir noch den gepolsterten Schaft für die Stabilisierung der Waffe. So. Und hier war noch der polierte Auswerfer. D-Nehmer. Und nehmen wir jetzt noch den gepolsterten Schaft. Oder gucken wir noch mal auf die Schrotflinte. Vielleicht. Ach. Die Reichweite ist halt einfach wirklich nicht gut. Was sagen unsere Pistolen? Für einen erhöhten Schaden. Ich glaube, hier investieren wir noch mal. In die Handfeuerwaffe. Okay. So. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was in diesem geheimen Grab los ist. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.